Was bisher geschah. Die Kia E-Niro Videos, wie ich an Ladesäulen scheitere. Die erste Folge Car Talk ist raus und ich fasel irgendwie komisches Zeug. Und die Bewerbungsserie geht weiter. War die Lufthansa Folge etwa zu makaber? Macht euch doch einfach euer eigenes Bild und schaut bei den letzten Videos vorbei. Danke fürs Abonnieren und Liken. Falls ihr Anregungen zu besprochenen Themen habt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Tesla erzielte als einziger Automobilkonzern von April bis Juni 2020 mehr Gewinne als im Vorjahr. Die E-Autos von Elon Musk wurden 2020 fast eine halbe Million Mal ausgegeben. Und der Aktienkurs seiner Firma machte ihn mit 188,5 Milliarden Dollar Vermögen zum aktuell reichsten Menschen der Welt. Tesla, ein Automobilkonzern des öfteren in der Kritik wegen Qualitätsmängeln, herabfallenden Komponenten und so weiter. Dessen Anleger und Käufer können solche Meldungen offensichtlich verschmerzen, sonst hätte Tesla auch nicht solche Zahlen geschrieben. Hierzu sei gesagt, Tesla ist im Vergleich noch ein sehr junger Automobilkonzern. Ich finde fast, dass einige Rückschläge deswegen in gewissen Bereichen vollkommen vertretbar sind. Hat doch Tesla mehr oder weniger die E-Mobilität auch ins Rollen gebracht. Naja, bis auf herabfallende Lenkräder zum Beispiel, die finde ich jetzt nicht so vertretbar. Wir bleiben noch kurz bei Tesla. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur kommt möglicherweise nicht mit erwachsenen Ausbreitung von Elektroautos hinterher. Aber Fahrer eines Teslas dürften beruhigt sein, denn für 2021 sind alleine in Deutschland 40 neue Standorte geplant. Auch in Großstädten soll vermehrt gebaut werden. Hierfür schalten wir nun zu unserem Außenkorrespondenten Alex. Ja, hi Alex. Wir befinden uns hier in München, genauer gesagt in den Quasing-Aktaten. Und wie wir hinter uns sehen können, sind hier schon die neuen Tesla-Supercharger installiert. Und zwar die neue Generation mit nur mehr einem CCS-Anschluss. Genau solche Supercharger sollen auch zukünftig in Großstädten wie Hamburg, Düsseldorf und Köln kommen. Und ich denke, das sollte doch eine große Erleichterung sein für viele Tesla-Fahrer. Sag mal Alex, sind das da Müllreste der Supercharger da hinter dir? Äh, ja Alex. Ein E-Auto-Youtuber hat versucht, selbigen Tesla-Müll zu klauen, jedoch ohne Erfolg. Danke an Alex für seinen Bericht. Teslas sind ja unter anderem bekannt für deren riesige Bildschirme in der Mittelkonsole oder in der... na? Ihr wisst, was ich meine. Und Daimler setzt noch einen drauf. Es kommt nämlich der M-Bucks Hyperscreen und er soll in alle zukünftigen EV-Autos von Mercedes rein. Ich finde dieses Cockpit-Konzept, sieht wirklich cool aus und auch sehr futuristisch. Etwas ähnliches hat man zuletzt beim beiden M-Bike gesehen, der seinen Screen aber wohl nicht in Serien bekommt. Der Hyperscreen besteht aus drei Bildschirmen unter einer Glasplatte, durch die sie diesen einheitlichen, übergangslosen Look bekommt. So bekommt auch der Beifahrer einen eigenen Bereich, ähnlich wie im Porsche Taycan. Die zwei runden Akzentelemente sind zugleich Lüftungsdüsen. Wie gesagt, gefällt mir an sich sehr gut. Es fiebern auch einige der Weltpremiere des neuen EQS im April entgegen, der den Hyperscreen dann auch schon bekommen soll. Damit haben Käufer des neuen EQS mit Abstand den größten... ...Bildschirmen. Mercedes-Benz konnte außerdem seine Verkäufe von E-Autos und Bruckenhybriden verdreifachen. Weltweit wurden über 160.000 Teil- und vollelektrifizierte Fahrzeuge an den Mann oder die Frau gebracht. Das entspricht einem Plus von 228% zum Vorjahr. Tolle Nachrichten für Mercedes, wenn man sich noch an das Fiasko mit dem EQC erinnern kann. Ich kenne einige NIO-Fahrzeuge aus nächster Nähe und fand sie doch immer sehr besonders. Vor allem wegen dem einmaligen Assistenten auf der Hutablage. Der kann dann immer so zu den Fahrern oder zum Beifahrer drehen, je nachdem wer mit ihm spricht. Nun kommt eine Oberklasse-Limousine von NIO ins Gespräch, nämlich der ET7. Er wird voraussichtlich mit einer 70- und 100kWh-Version auf den Markt kommen. Geplant ist aber auch eine 150kWh-Variante, mit der der ET7 dann 1000km weit kommen soll. Da sind wir mal gespannt. Wohlgemerkt! Gerüchten zufolge befindet sich Apple im Gespräch mit Hyundai über eine mögliche Kooperation. So kann man es zumindest in der Zeitschrift The Career Economy Daily nachlesen. Jetzt heißt es ja schon länger, dass Apple eigene Elektrofahrzeuge herstellen würde, aber bisher war es noch nie so konkret wie jetzt. Es scheint so, als würde das Apple K31X S-Lite doch noch kommen. Vorher oder später. Das Interesse am Opel Mokka E ist anscheinend so groß, dass Opel bereits abgeschlossene Kaufverträge wieder aufkündigen muss. Abgeschmetterten Käufern wird dafür eine top ausgestattete Variante eines Opel Corsa E rabattiert angeboten. Den Corsa E fand ich zwar auch cool, aber ich würde auch eher den Mokka E haben wollen. Kommt drauf an. Außerdem äußerst unwahrscheinlich, dass Dieselkäufer 2021 noch einen Mokka E bekommen, denn Opels Kapazitäten sind komplett ausgeschöpft. Eigentlich ein tolles Signal, denn offensichtlich schreitet die E-Mobilität rasend voran. Weniger toll natürlich für die, die sich auf ihren Mokka E gefreut haben. Honda hat angekündigt sein gesamtes Europa-Liner bis 2022 zu elektrifizieren. Somit wird der nächste Civic Type R wohl auch der letzte sein. Angeblich wird er mit 400 PS und Hybrid-Technologie über Europa-Straßen fahren. Es wird keinen Downsizing beim neuen RS3 geben. Der Audi behält seinen 2,5 Liter 5 Zylinder. Die neue Version könnte mit 420 PS und 500 Nm jeweils 20 PS und 20 Nm zum Vorgänger vor Ort zulegen. Nicht vorlegen. Zulegen. Außerdem wird spekuliert, ob der RS3 das Allrad-System vom Golf R bekommt. Das bleibt wohl abzuwarten. Vorstellung des neuen RS3 wird wohl erst im Herbst diesen Jahres sein. Anders als bei Audi wird der nächste C63 AMG von einem Vierzylinder angetrieben. Allerdings unterstützt von E-Turboladern und Elektrifizierung. Mal schauen, wie das aussieht. Denn auch Mercedes plant eine vollständige Elektrifizierung seiner Flotte. Um an die Leistung voriger C-AMG-Modelle heranzukommen, müsste aber eine E-Motor-Variante mit mindestens 100 Kilowatt inklusive entsprechender Batterie eingesetzt werden. Was bedeutet, der nächste C63 könnte ein Plug-in-Hybrid werden? Was wir allgemein bisher gemerkt haben, es wird offensichtlich nichts um die Elektromobilität herumführen. Auch nicht in naher Zukunft. Entgegen skeptischer Aussagen wie zum Beispiel, ach, die E-Autos, die werden sich eh nie durchsetzen. Das werden wir dann sehen, wenn du nächstes Jahr in deinem C63 S Plug-in-Hybriden sitzt und leise um die Häuser ziehst. Also, naja. Ein kurzes Wort. Mein guter Freund und Besitzer des Kanals Car Maniac hat Nachwuchs bekommen. Also hier nochmal meine Glückwünsche, als ob ich dich nicht schon genug nerve. Und auch, dass ihr bald zu viert die nächste Allegoladesäule verprügeln könnt. Das war's auf jeden Fall mit der heutigen Folge Car Talk. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr darüber denkt oder was ihr von den anderen Themen haltet. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.